Mehr Gewissheit birgt da sogar der Wetterbericht. Hoher Luftdruck und subtropische Warmluft bringen uns weiterhin hochsommerliches Wetter im Alpenraum. Die Hitzewelle hält bis weit in die kommende Woche an. Morgen gibt es wieder viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf schweißtreibende 30 bis 34 Grad, vereinzelt sind bis zu 36 Grad möglich. Am Nachmittag entstehen wieder einige Wärmegewitter. Und in dieser Tonart geht es weiter. Viel Sonnenschein, große Hitze und an den Nachmittagen ein paar Wärmegewitter, die zum Teil heftig ausfallen können. An dieser Stelle verabschiede ich mich von den Zuschauern auf drei Satz. Schönen guten Abend aus Wien. Hier im ORF geht es gleich weiter mit dem Weltjournal. Cornelia Vospanik hat die Themen. Guten Abend. Passend zur Urlaubszeit geht es bei uns heute um den Faktor Tourist. Es ist nicht gut, wenn er ausbleibt. Es ist aber auch nicht gut, wenn zu viele auf einmal kommen. Im Weltjournal zeigen wir, wie der Massentourismus Städte wie Venedig ruiniert. Und danach im Weltjournal Plus können Sie sehen, was es für Tunesien, Ägypten oder die Türkei bedeutet, wenn die Touristen ausbleiben. Wir freuen uns auf Sie. Danke, Cornelia. Nächste aktuelle Nachrichten gibt es in der ZIB24. Die befasst sich unter anderem mit Erleichterungen beim Privatkonkurs. 20 Minuten vor Mitternacht in ORF 1. Ich verabschiede mich für heute. Von Ihnen schönen guten Abend noch. Auf Wiedersehen. Abonnieren. Abonnieren. Menschen können Sie mir vor, wenn Sie sich... Mitternacht in sector nuestra Angeblichkeit ist vor Ort.